Musik Levis sagt am Anfang FET! Oh keiner hört einfach Ja, der hat der Fehler gesagt schon wieder. Er hat nur FET gesagt. Instinct Ich bin aber dafür, dass das Gamer keinen mehr nehmen darf. Ja, ist schon. Ja, du, wer denn sonst? Du hast dauernd eine jede Runde. Ja, genau. Ja, was heißt ja genau? Du hattest ja vier Runden hintereinander eine. Ne, ne, ist ja nicht so. Wow, wow. Wir sind da jetzt wieder am Aufzug gestorben. Max, ich hab ne Autosniper für dich. Ja. Ich bin grad gestorben am Aufzug. Sag mir einfach wo. Sag einfach wo das Wort. Sie sind schon wieder verpackt. Könnt ihr aufhören? Die sind schon wieder verpackt. Die sind schon wieder verpackt. Oh! Ich bin hier drüber. Oh! Boah, okay. Wo musst du da? Ja, hier. Ich hab dich schon mal gemacht. Ja, ich hab dich schon mal gemacht. Ja, ich hab dich schon mal gemacht. Nein! Ich versuch sie dir zu bringen. Ne, warte, 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 warte. Ich kann was machen. Na, was? Ich will dich jetzt so schaffen, weil ich so dumm bin. Na, wenn dann nicht mehr normal ist mein Corona. Malas, manas. Ja. Blaas, ja. Wir sind ein Levy, Levy sind der Parmenschstücke. Der, der, der teilt seine Waffen. Ich brauch's den Menschen, Max. Ich hatte mal, ich hab' noch gar nicht sein. Und ich habe mich geschossen, glaube ich. Ich hab' meine Waffe auch mal auf die Seite. Aber, danke. ja da wird meine woche euro also man ja gerne und war wenn die klappe zu dieser matsch ne ja ich bin mit dem vorstuhl und das gefällt aufzug sexen ich will hallo hat überhaupt jemand ne doch ja einer einer ist tot dexido ist halt auch so dumm dafür ja ich hab den einen punkte unter mir ich will gegen den kopf werfen 0 oder ich hab den hier so mit dem was runtergefallen wo auch nur seine leute von der leute ich habe liebiges geräusch gewöhnt und das ist ja dexido oder ok dann ist es eine scheiße also lieber detektiv okay dann muss fehlern um ich dachte ich dachte einer bei den lebenden wäre doch detektive scheiße und es ist so gut ein bisschen dumm war es schon und einer weil ich meine dann wahrscheinlich einen Autosniper, oder? Nee, leider nicht. Boah, wo ist Levis Leiche? Der hat ja doch einen Autosniper! Oh, Schitz! Huch! 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 Alter, was ist denn denn für Knockback? Ähm, Shadow irgendwie nicht mitbekommen, dass ich Max eine Autosniper gegeben habe, aber... Doch, doch, das habe ich mitbekommen! Das habe ich mitbekommen! Ich konnte nur, ich konnte nur Game-Aktur, ganz wieder gar keine. Ich habe sie mitbekommen, Levy hat Levy so einen Autoschock hingegen und drückt und hab... Oh, Leut, Leut, das ist Traitor geil. Ich habe das mitbekommen, dass Lautine... ...bekommen, aber ich dachte, Levy hätte auch noch einen. Nee, ich habe sie ihm einfach gegeben. Das habe ich dann vollständig mitbekommen. Ja, das ist irgendwie... ...zwei Leute insgesamt getötet, glaube ich. Ich habe jetzt eingetötet, also... Ja, ich... Ich war nämlich kein Traitor, das ist die Autosniper, das ist auch scheiße. Ja, ich habe bisher so... Ich gehe aus dem Weg. Ja, ich will hier hoch! Doch! Scheißegal! Äh, Max, ich habe eine Autosniper für dich. Ja, erstmal nicht, also... Nicht? Ja, ich probiere erstmal selber eine zu bitten. Man, warum ist das denn? Das geht das nicht auf! Danke! Äh, was wagt denn hier? Ich kann hier nicht raus! Oh, jetzt sind hier viele... Was für den Fakten ist das nur wieder passiert? Ich bin Detective, ey, wie geil! Schön, dass du Detektiv bist, interessiert mich nur leider nicht! Ja, aber es wird mir eh kalter, es würde mir wahrscheinlich auch keiner... Oh, Leute, das wollte ich gar nicht. Ich war grad irgendwie voll noch in der Prefaring-Fahrze. Oh, ist hier, ist hier, äh, ist hier, ist hier, äh... Äh, ich bin Detective! Preparing! Preparing! Ach, verdammt, ey, hier ist nix. Äh, 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 äh! Gamer! Gamer, oder? Ich find's lustig, wie lange du zum Überlegen brauchst. Äh, 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 Gamer! So ein Gehirn arbeitet nicht so schnell. Vielleicht schnell nicht ab mit dem Rücken zu ihm. Nö. Das war das im Klarten. Ähm, da drunter ist glaube ich Gamer. Oder? Autsch! Oh doch, ey, war da unten! Johl... Juchze, kuck kett... also Projekte ob es sich hier ist und sehr glaubt werden nun gut sind ja es sei zu sehen normal sein ob die Gäste hier gibt es ja das ist nicht die Körperschaft der guten habe ich gerade keine Prozene Bucke der Meister wird trotzdem Pizzer Meister besser oder die auch schon macht und in einem Fehler nur noch mal vielleicht immer alle besser ja ich kann mit der Autosniveau nicht tun das war ich habe mir und man sich extra Momente vorgegangen ja ich habe das immer wenn ich mich begehrt mal die Schöpfe aus der Welt kann das nicht er war mit 10 und konnte ich kann ich eben nicht ich habe keine ich kann kein Testreifen belegen es macht Geht nicht. Ich kann auch keine Taste für Traitor-Sprach-Chat belegen. Geht nicht. Ist irgendwie verpackt so. Ja, es gibt Traitor-Sprach-Chat. Ach so, ich dachte, du hast Traitor-Shit gesagt. Nee, nee. Ich kann keine Taste für Traitor-Shit. Oh Gott, Alter. Gamer, 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 Gamer. Hallo, hallo. Stuhl, 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 Stuhl. Da hat jemand geschossen mit einer Schottkahn. Nochmal. Dexido hat geschossen auf dem Fenster. Oh shit. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Na, hier, komm. Ich hab Nachsehen mit dir. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Laudi, geh zurück. Laudi, geh zurück. Laudi, geh zurück. Geh nicht doch. Laudi, Mann. Hallo, Levi. Nein. Laudi. Hörst du mir nicht zu, hier, bitteschön. Da. Achso, achso, es geht zurück, dass man es geht zurück, achso. Was ist das? Ey. Kann ich das anschießen? Nochmal? Dann gib zurück. Also, beziehungsweise jetzt noch einmal. Geh zurück. Ach, du bist auf dem Senz jetzt geflohen. Warum ist das Blut? Weil, weil ich, äh, vielleicht Shadow umgeschossen hab, aber aus Versehen. Beziehungsweise, ja, beziehungsweise andersrum. Passiert. Also, beides. Also, es ist, habe ich angeschossen. Hab ich ihn gehalten. Passiert, ne? Komm, wir machen. Ich hab mich aber gehalten. Dexy, du? Ja? Ich hab jetzt einen Grund, dich zu töten. Ich nur töten. Ja, weil du meine Melonen angeschossen hast, du Bastard. Oh. Aua, was ist? Du hast doch auch... Oh, Fehler ist Traitor, Fehler ist Traitor, Fehler ist Traitor, Fehler ist Traitor, Fehler steht auf den Detektiv. Gaming-Failer schießt auf den Detektiv. Was für Detektiv? Ich bin die Detektiv, wo du schießt auf mich. Du bist die Detektiv, der hat die Frösche gebustert. Ja, ich bin die Detektiv. Du bist die Detektiv, Alter, du hast keine Spasti, bist du. Ich heile mich da oben auf meinem Tag. Natürlich heile ich mich. Du wichst die an ab, oder? Ja, das war sehr witzig. Ja, man hört einfach nur das Gestöhnen. Ja, das war's. Alter, kann ich jetzt mal wieder wechseln? Warum kann ich nicht die Waffe wechseln? Warum schießt er mich die ganze Zeit an? Von beiden Seiten? Warum, was soll der Backsteine hier? Ich kann nicht mich verheulen. Also, Livia hat Shotgun eben über 9000. Alter. Bam, 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 bam. Bam, Junge! Du hast bei mir vorher geblutet, Alter. So, das war mit der Shotgun. So. Livia, warte, warte, Livia, warte, Livia, warte, Livia. Nein! Livia, eins und tschüss. He, he. Was? Hey, wo waren die? Das war unten eine Maus drin, in diesem grünen Raum, wo es gerade brennt. Nein, der hätte ich gewusst, wurde es mir in die andere Richtung runtergesprungen. Hallo. Ich bin in die falsche Richtung runtergesprungen. Pascale. 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 Bei mir muss ich jetzt so das Ecke? Echow. Ey, man muss zugeben, man muss man sein, wenn man es nicht mehr entschuldigt. Nein, ganz nicht. Mein Potten mit Kid war leer. Hätt mich nochmal getroffen, wäre ich tot gewesen. Bela. Oh nein! Das okay, das war mein Vorhaber. Du bist ja sehr gut. inhibiert. Nein, super. Ach du gerust. Mein roter Tömer. Ach du stimmst, als zockt. Ich bin' nicht mehr auf. Also, ich bin mir so drauf im Schusserl, weil ich nicht mehr aus sei. Gal' nicht mehr auf – ich bin. Ja, ich bin ich mit dem Schusserl, aber ich bin mir auf. Ich bin doch auch auf. Wenn irgendwer meine Melone tötet, tötte ich ihn. Und wenn die Melone irgendwen tötet? Du hast das auch nicht, ich krieg Kiwidos. Das ist mir scheißegal. Wenn du die Melone tötest, tötest du dann auch? Wenn die Melone uns tötet, tötest du dann auch? Wow, super, schön. Hä, was hat der denn? Ach, der hat Golden Gun nicht genutzt. Lauti zu einer Proeno. Der hat die umgebracht. Mit der Golden Gun. Lauti zu einer Proeno. Fehler hat die zerstört. Das warte jetzt, warte jetzt. Nein, das warte jetzt. Wo bist du, du Bastard? Wer ist Shadow oder Lauti? Da! Du hast meine Melone getötet! Was hab ich denn gemacht? Nein, Fehler! Fehler hat die Melone getötet! Mir scheißegal. Hallo Levi! Alter! Ey, kannst du mal ernst? Ich hab gesehen, dass jemand ins Haus reingelaufen ist. Du warst doch jetzt, oder nicht? Klar! Hä? Oder nicht? Hey, ich geh jetzt so oder so. Hä? Ich check die Runde nicht! Ne, ich auch nicht. Ich pack hier im Fenster fest. Danke für Sven. Danke Julian. Ich dachte, es liebt Kille mehr. Alter, what the fuck? Was war denn das für eine Runde? Ich hab so Max getötet und auf einmal ist das ein Gaming, der Fenster. Wir sind noch 13 Leute in der TTT Gruppe ungefähr, oder? Ja. Wie kommt es, dass es da zweimal den Namen Pascal drin gibt und zweimal den Namen Adrian? Adrian? Wieso denn? Wer ist denn Adrian? Fehler? Keine Ahnung. Und Trafa. Auf jeden Fall Dexido, warum hast du mich grad angezündet? Idiot. Idiot. Aber du wunderst dich, dass wer Yoshi ist, oder was? Ich habe sie nach da unten gebrochen. Ach, du heißt Yoshi? Du hast hier draußen aber auch eine Brandkanade hingeworfen. Nein. Hauptsache ich wundere mich, dass wir sechs sind, obwohl ich Detective bin. Alter, bin ich ein bisschen behindert. Oho. Äh, ja ähm ähm. Lauti! Lauti auch! Lauti auch! Lauti auch! Jetzt hab ich die zwei gesagt, aber... Karl... Was? Holmich, ich glaub ich hab aus, dass ich Pascal angeschossen. Ja. Jetzt weiß ich's auch. Sorry. Ja, kein Ding. Nee, wollte er am Anfang nicht, dass es irgendwer weiß. Wie er schnell ins Haus geht. Ja, am Anfang. Ja, ich würd mich heilen! Habt ihr ehrlich, dass Levi Levi heißt? Echt? Wirklich jetzt? Ja. Und dann lebt ja noch wer! Echt, irgendjemand dachte das auch. Gamer, glaub ich. Ach, Dexido war tot. Loh, ich dachte fest. Gamer dachte auch. Ja, ich, ich, ich hab Dexido getötet. Ne, ich glaub, er ist gar nicht Dexido getötet, ich hab ausfalle Dexido getötet. Ja, 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 angegriffen. Der Gamer hat auch gedacht, dass mein richtiger Name Levi wäre. E-Golfi hat das auch gedacht. E-Golfi ist der behindertste Mensch auf das Feld. E-Golfi ist der behindertste Mensch auf das Feld. Ja, ja, warum, warum... Ja, weil du überall Levi heißt und ein Steaming-Lotor. Ja, ja, einfach weil ich, ich hab mich, als ich auf Steam gegangen bin, hab ich mich einfach mal Levi genannt. Von meinem Lieblings-Anime-Charakter und auf einmal nennen mich alle Levi. Ja, du hießt Levi's the Titan-Killer. Ne, Le... Rival's the Titan-Killer, aber lass mal den Scheiß. Genau, Rival's the Titan-Killer, genau. Und dann hast du gesagt, wir sollen nicht Levi nennen, den Namen werde ich Levi genannt. Ja, ne, weil ich wollte dich nicht überfordern... Ja, ich konnte den Namen auch nicht. Ne, Levi hat sich schon vorüberfordert. Blauti, du kriegst die Golden-Gang. Das stimmt sogar. Da, wo bist du? Was macht ihr da? Oh, neu hab ich dich geschlagen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hi. Oder auch... Nichts. Jetzt wissen wir alle, dass Levi nicht Levi heißt. Ja, mein Land... Hey, shit. Weil alle meine Zuschauer dachten nur, dass Levi... Halt, warte, 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 warte. Warum eigentlich nicht mit Y? Dann wär's nochmal cooler. Ne, eigentlich nicht. Wow, hier bleibt 67 HP. Das ist mein Lieblings-Charakter. Okay, er ist es. Er ist ausgewichen. Hä? Willst du mich... Warte mal. Ja, war's echt. Hey, was ist denn? Hey, was ist denn los mit euch? Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung, ich... Ich wollte... Dings mit der Golden Gunntür, der ist ausgewichen. Und der hat Dexito ihn, glaub ich, getötet. Ja. Wenn jemand mit einer Golden Gunn auf jemanden schicken will, also... Ja. Bei mir sollte man stehen bleiben. Hä? Warum... Warum... Das war... Das war schon ein bisschen random, wenn ich ehrlich bin. Das war schon wieder total random. Mhm. Total random. Random. Total random. Ja, warum kann ich den Reifen nicht nehmen? Das sind wir eh nur noch 5 oder so. Ich will den Scheiß reißen nehmen, ey. Ich will den Scheiß reißen nehmen, ey. Ich will den Scheiß eher auf. Ne, wie wollen wir gleich irgendwie Windcraft spielen oder so? Ja. Ah, der ist zu schwer. Ich mach mit. Ne, ich nicht. Ne, ich nicht. Warte mal, kann man jemand in... nach unten kommen in diesen Keller und kann man die Traitor falle... Ach ne. Kann man das auch so anmachen? Hallo. Hallo. Ja, aber kann es auch so anmachen. Oh, ich hab voll die Idee. Moment, ich will mal kurz da drin stehen. Ich möchte mal kurz. Äh. Ich räum dich zu. Ich räum dich zu. Moment, ich mach nichts. Äh, Keller, der ist es hier. Pascal, der ist es. Ja, bau mich doch nicht ein. Ja, du schießt direkt auf mich. Willst du mich verarschen? Du kannst doch noch ganz locker raus. Du Hurensohn, warum hast du mich eingebaut? Oh Gott, ich hab grad Zephyr da hingesehen. Hahahaha. Das hab ich überhaupt nicht gesehen. Hahahaha. Vor allem, ich will grad so, dass Zephyr in die Hand nehmen und in die Küche gehen auf einmal kommt, wenn er so entgegen, dann geht er weg. Dann denk ich, er ist jetzt entweder. Dann kommt er an, wenn ich das Zephyr in der Hand habe. Das hab ich gar nicht gesehen. Möstrich, bau den Einfluss, geschießt auf mich und dann sagt er so den Zephyr geblättert an der Weste. Hahahaha. Hahahaha.